Hallo zusammen, hier ist wieder Jella und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assault unterwegs. Und zwar gibt es heute das erste Chest Opening in Patch 8.3. Und zwar müsste ich sowohl eine Mewtwo Plus Kiste kriegen, als auch eine PvP Kiste. Heißt, wir gucken uns beide an. Ich war letzte Woche fleißig, hab noch einen einigermaßen hohen Key gemacht, hier ein 20er Key, dass ich die Woche einen hohen, oder auch einen hohen Key kriege. Ich glaube 5 oder 4 Item Level geht das Ganze runter. Das werden wir uns jetzt gleich mal anschauen. Ob ich quasi jetzt einen 15er oder 16er Key bekomme für die Woche. Und ja, mal gucken, was an Gear drin ist. Das dürfte aber jetzt noch nicht so krass vom Item Level sein, schätze ich zumindest. Ich würde sagen, wir gucken einmal rein. Und dann gucken wir auch noch in die PvP Kiste. Und mal gucken, wie viel Azerid ich auch rausziehe aus dem Ganzen. Und. Okay, es ist zweimal Azerid drin. Oh, die Kanone, die ist glaube ich relativ stark im Moment. Und ich habe einen 16er Key rausgekriegt. Okay, also die Kanone ist jetzt nicht krass hochgerollt. Die ist 440. Das ist soweit Baseline. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber was mich freut, ist ein 16er Key. Was mich weniger freut, dass es Boralus ist, weil Boralus ist einer der beschisseneren Enis. Also ich mag Boralus nicht so gerne. Aber gut. Wir haben einen 16er Key. Die heißt, wenn wir den die Woche laufen und wahrscheinlich die Pliten, weil es wird relativ krass werden, kriege ich nächste Woche oder müsste ich nächste Woche noch einen 15er kriegen, wenn ich da richtig informiert bin. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls das anders ist. Ich bin da ehrlich gesagt nicht so auf dem neuesten Stand, wie das jetzt mit den Keys läuft. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal in der Kiste. Die Kanone ist, glaube ich, echt nicht schlecht. Die haben sie mal gebufft. Die skaliert bei mir als Guardian, glaube ich, nicht so verkehrt. Aber müsste ich dann mal noch gucken. Genau. Jetzt tun wir einmal noch hier die Kiste aufmachen und schauen, was wir da so rauskriegen. Okay, hier habe ich ein 415er Item rausgekriegt. Und wie viel Azerid war da drin? 3000. Also beim anderen war 4350 und zwar zweimal drin. Ja gut, hier ein halbes Level ist es schon fast wieder dadurch. Also auf jeden Fall nicht so schlecht. 75 bin ich ja mittlerweile schon. Also sprich, das geht jetzt schon auf 76. Klar, ich weiß, da gibt es jetzt nicht mehr so viele krasse weitere Geschichten, die man freischalten kann. 3% mehr Ausdauer gibt es unten, was man auch nicht vernachlässigen sollte. Es gibt natürlich hier ein bisschen Item-Level drauf und dann auch ein paar Stats. Und ja, das ist zwar nicht viel, aber besser als nichts an der Stelle. Gut, damit wären wir durch mit dem kleinen Chest-Opening. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare und vor allem, was ihr so rausgekriegt habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder oder im Livestream ab sofort jetzt erstmal nur auf Twitch. Also sprich, falls ihr da reinschauen wollt, könnt ihr gerne auf Twitch vorbeischauen. Ist unten in den Kommentaren. Nicht in den Kommentaren, sondern in der Infobox verlinkt. Eutela, bis zum nächsten Mal. Ciao.